Vorstellung der neuen ionischen elektrischen Zahnbürste IONSAFE von Sanye IONSAFE verwendet eine einzigartige, patentierte japanische Technologie in Kombination mit modernem deutschen Design, um Plagg-produzierende Bakterien zu regulieren und ihren Mund länger sauber und gesund zu halten. Die IONSAFE elektrische Zahnbürste erzeugt Ionen und eine schwache elektrische Ladung, die gemeinsam das Bakterienwachstum und die Bildung von Plagg hemmen. IONSAFE bietet eine länger anhaltende, tiefere Reinigung, indem eine Bakterienanhaftung am Zahn und somit Plagg-Zahnfleischerkrankungen und Karies verhindert werden.